Die Armee Aserbaidschans hat gemeinsame Manöver mit den Streitkräften der Türkei begonnen. An den an mehreren Orten in der Kaukasus-Republik abgehaltenen Übungen sind Bodentruppen und die Luftwaffen der beiden Länder beteiligt. Vor fast drei Wochen entbrannten zwischen Aserbaidschans Armee und den Streitkräften Armeniens Kämpfe an der gemeinsamen Grenze. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Armenien und Aserbaidschan gaben sich gegenseitig die Schuld an den Schusswechseln. Die türkische Regierung sicherte ihrem aserbaidschanischen Verbündeten ihre Unterstützung zu und beklagte einen, so wörtlich, aggressiven Nationalismus Armeniens. Armeniens Ministerpräsident Nikol Pashinyan warf Ankara vor, die Spannungen in der Region durch die Teilnahme an den jetzigen Militärübungen zu erhöhen. Armenien und Aserbaidschan streiten seit Jahrzehnten um die Region Bergkarabach. Armenien und Aserbaidschanischen Verbündeten